Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu ARK. Oh Mann, Tristan. Danke, danke, danke. Ich habe gedacht, da vergisst du es. Danke, Tristan. Tristan, wir machen heute einen Mini-Boss, habe ich gehört. Ein Mini-Boss. Ja, ein Boss. Wir machen einen Boss. Bossfight, Bossfight! Let's go, Bossfight! That's what I'm good at after playing so much to you too. Was? Das ist... Warte mal, wenn die Folge rauskommt... Nein, die Folge kommt ja heute raus, Tristan. Die Folge kommt übrigens später, tut mir leid. Wir konnten nichts dafür, der Horst war down. Jetzt sind wir der Horst war down. Okay, ja, dann lassen wir gleich zum Teleporter fliegen. Ja, ich fliege da mit meinem Drachen hin. Ich auch. Verfasser. Die Drachenarmada ist unterwegs. Wir haben erst zwei. Ja, trotzdem. Zwei. Nicht mal Erik hat sich einen Drache schon geholt. The Witch is so weird. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, spielt Erik aktuell noch? Ich bin mal da... Ja, Erik ist immer wieder mal da. Ähm, und weg. Aber er spielt nicht so richtig aktiv. Naja. So. The Jotunheim Portal. Ja, ja, ich muss nur gucken, warum wir die Drachen da hinkriegen. Die kommen da rein. Achso, die wird die ganze Höhle. Stell deinen einfach neben mich. Ja, ich versuch's ja. Ich hab's ja versucht, Tristan. Wenn der Radius smile. Wenn der Radius und Flügel von deinem im Weg. So hin? Ja, es müsste doch gehen. Hervorragend. Safe. Safe geht das. Ich hoffe, ich kann jetzt die Konsole... Ja, ich kann die Konsole accessen. Geht es noch? So, auf nach Jotunheim. Ja, ich hab Hose Andres dann. Curry esse ich, sobald wir teleportiert worden, oder? Ja. Das soll ich vorher essen. Du kannst es auch jetzt schon essen. Okay, einmal frier Curry ist verbraucht. Sollte uns ein bisschen Kälteresistenz, oder zusätzliche Kälteresistenz geben. Zusätzlich zu der Kältshose, die ich schon anhaben habe, die wir jetzt auch anhaben. Mir ist so warm, Tristan, du glaubst gar nicht, wie warm es ist, Alter. Mir auch. Holy shit. Hm. Ähm, ja, jetzt leckt's wieder mal. Das ist der Klassiker. Und schön hier. Ja, fantastisch. Und ist dir kalt? Nö. Also gar nicht. Fantastic. So, jetzt muss ich nur nach die Höhle finden. Ja, Tristan, easy. Hier, folgen wir mal. Ich folge dir unauffällig. Unauffällig, Tristan. Brompfe Explosion. Also, ich bin schon mal hingeflogen. Ja. Und schon mal Auskundschaften. Muss nur wieder hinfinden. Sieht so geil aus. Ich liebe Schnee einfach, Tristan. Ich auch. Hier ist auch, ähm... Der Eisübon Trench. Der auch nochmal so interessant sein könnte. Da müssen wir natürlich noch Eisübon holen. Das ist, äh... Echt so. Ich mag die. Das müssen wir machen. Das ist am meisten. Neck. Ich brauche nur eine Eisübon. Auf jeden Fall. Da ist ein schon... Was? Ja, genau. Hier drüben ist es. Pretty sure. No. I think I'm wrong. I'm pretty sure I'm wrong. Ja doch. Hier, hier, hier. Na, warte mal. Da unten ist es da. Hier muss es irgendwo sein. Ich lande mal einfach. Hier gibt's auch XRGs. Oh, ja, okay. Die sehen auch geil aus, ja. Oh, das ist cool hier, ey. 70, 30. Ja, Jotenheim ist sehr cool. Arschkalt, aber geil. Ja, ich hab dich übrigens verloren, glaube ich, jetzt. Aber... Ich hab Tristan verloren, glaube ich. Alles gut. Es war doch... Also ich hab hier was sehr Verdächtiges gefunden, Tristan. Das könnte aber auch nur der Eiswiborn-Trench sein. Hier ist eine Höhle. Ach, ich glaub, es sind die Eiswiborn, Tristan. Ich hab die Eiswiborn gefunden. Fantastisch. Ja, will ich aber auch gar nicht hin. Oh, anyway. Ja, nee, ich fighte da jetzt noch nicht. Machen wir da die nächste Folge, Tristan, ja? Auch gut. Das kriegen wir noch im Februar irgendwann hin. Safe. I must be, like, right at it. Aber ich find's grad nicht. Ja, wow, ich stand halt doch direkt davor, hab's aber nicht gesehen. Ähm... Lieg mal wieder zum TP-Spot zurück. Mobilis. Ja. Können wir ein Momentchen brauchen. Ja, alles gut. So, Mobilis ist ein Reichweite. Willst du mich irgendwo? Noch nicht, nein. Irgendwann rumflattern. Und davor. Ah, ja. Ja, nee, warte, nee. Vorm Obelisken? Direkt vorte, oder? Ein bisschen Abstand halt schon. Äh... Ah, da, da, ich seh dich, ich seh dich. Ah, ich seh dich, du bist über mir. Okay. Ja, 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 hab dich. Folge mir. Unauffällig. Folge mir. Unauffällig, Tristan. Wenn mich das trifft und ich sterbe, beende ich die Serie hier. Oh, oh, oh. Oh. Müssen wir durchs Wasser, oder wat? Nein. Nein. Ah, nee. Wird jetzt die Bühwe einfach hier parken? Ja, wenn ich, äh, wenn meine Bühwe landet. Ja, ja. okay dass hier rein hier rein auf geht's was weit groß weit was die geil aus hier die höhle will ist geil hier ist ganz schön niedrig das ist jetzt doch mitgenommen das ist der ja ja okay und jetzt ist hier die stehen wir und sohle das heißt wir müssen jetzt zuerst unser zeug aus vor gerade sagen müssen wir jetzt erst unsere dinos bauen oder alle hast du irgendwas auf dem bereiten möchtest weil ich habe ja mein kart schaden da werde ich drauf besitzen ja ich habe nichts was ich drauf reiten werde wobei nee wobei doch rex die kann ich theoretisch reiten ich habe ein paar deinonychus mitgenommen und julian hat ein paar rexe gepredet das hat man in der letzte folie glaubt schon gesehen ich hoffe not all of them die bei mir ist it's fine if they don't if they all die it's fine if they all die but i hope they don't because that means we have to beat the boss pretty easy ja und wir wollen ja noch anderen boss machen und so na ja zum einen ist das war ganz gut wenn ich alles glaube er ist ganz cool wenn wir den vielleicht falls wir den doch zweimal machen müssen bei trophäen zu bekommen ja ja mal gucken vielleicht kriegt mir jeder eine aber ich weiß nicht wie sagt da funktioniert und dann habe ich ja noch meinen kartscher dabei ich weiß gar nicht wo ich hinpacken soll alles mit ristan kann natürlich sein dass deine rexe gleich alles blockieren durchaus möglich we don't mind sagen muss ich guck noch mal nach wie es command ist ich mit dem man es nicht aus ja ich da bin ich ganz mit falsch period was ist period gut gottes okay muss ich jetzt an die konsole ran und das zeug reinlegen stell rex die ein bisschen weiter weg stell rex die ein bisschen weiter weg du musst dann nämlich sofort rennen sobald der boss spawnt gleich genau hinter dir in der höhle oder werden wir irgendwo hin tippe in der höhle der wird hinter mir gespawnt er spawnt direkt direkt vor diesem vor dieser statu ist ja nicht so gut dass die auch war scheiß drauf ok weine 30 ruhen steine da jetzt einfach rein und dann kann man die da später wieder rausnehmen was ich zu viel rein pack oder erst mal nur die 30 vielleicht kriegst die anderen auch vielleicht bleiben die anderen auch einfach im terminal drin die üben ja das ich mache einfach wenn nämlich alles machen lässt 30 es ist von uns von in just ones please ja wie es vor nicht in just ones einem einfach doppelklick auch mal einmal herstellen ja okay oh no he's here just run okay he's spawning like right in the middle of your axis yeah which is funny oh my god okay mein wendigkeist ist jetzt nicht so nice die rechse einfach die haben alle 100.000 hp tristan that's gonna be fine it's gonna be fine ja die haben die haben ich hab die halt alle auf 100.000 hp ja das tut ein bisschen weh aber aber ich kann leider bin ich bin überrascht dass meine dann ich komme leider nicht mit rex sie komme ich halt nicht so wirklich ran das ist ein bisschen schwierig hey nice we both killed him i guess ja du hast ja ich glaub deinen dings hat den kill gekriegt ja und ich hab ja aber keine trophäe dann geht guck immer in mein karte rein ich hol dir da das zeug aus ja ich wollte nur die karte hat ihn abgebaut deswegen hat er das ganze zeug drin ja ich hab mich schon beeren aufgenommen alles in ihm drin okay bauplan ford gaha sattel ascendant orgy sattel guck mal oh mein god die climbing pick ist awesome die climbing pick ist nuts aber das ist leider kein bauplan ja und ja gutes sturmgewehr wir haben glaubt sogar bessere wir haben bessere der bauplan für die minigun ist nice mhm natürlich haben wir das relikt bekommen was am wichtigsten ist für uns wahrscheinlich genau aber ich glaube aber du musst ihn schon nochmal spawnen naja soll ich dann gleich nochmal machen oder mhm wir können mal kurz die ginos am all xp bekommen ich geh die jetzt alle nochmal ein bisschen leveln ja einfach alles in damage drücken mhm ja meine ja meine ja mein rexy hier mein rexy kann ich einmal in hp leveln aber der hat nur 30.000 hp die anderen haben halt alle 100.000 hp tristan so gefühlt ja deswegen ist das äh wahrscheinlich auch relativ easy gewesen ohne dass jemand gestorben ist ja aber selbst selbst ne meine kassenlein und lykios haben auch nur 10.000 däm äh haben auch nur 10.000 hp und die sind nicht mal halb tot ja ja das lag aber auch daran weil mein karcher so viel damage gedrückt hat und er die ganze zeit gegen den karcher feiten wollte ja ja irgendwie schon ne der hat den karcher dann geerkrowed aber der kam nicht durch die ganzen rexe durch ja rexe einfach als blockade ne hat er halt nur mit dem mit der aoi attack wirklich damage gemacht ja ich glaube er hat schon 2-3 mal gehittet aber like ja völlig okay ich glaube du spawnst ihn einfach nochmal rein ja aber tristan 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 erst in der nächsten folge also schön erst in der nächsten folge ja müssen wir tristan müssen wir sonst ich muss ja die folge jetzt noch rendern und hochladen für heute das ist so sonst wird es zu eng weißt du das ähm gut hau da rein ciao 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 Vielen Dank.